Das ist Alma Schmidt. Sie ist Dozentin an der Uni Würzburg und möchte den kostenlosen Scanservice der UB nutzen. Sie kann dort Aufsätze oder kleine Teile einer Monografie, die nicht in einem E-Journal oder als E-Book vorliegen, für ihren elektronischen Semesterapparat in VüCampus digitalisieren lassen. Zur ESA-Anmeldung gelangt Frau Schmidt über die Homepage der UB. Oder wahlweise direkt aus VüCampus. Sie ist im Hochschulnetz, ansonsten müsste sie über den externen Zugang zugreifen. Sie meldet sich mit ihrer UB-Benutzernummer an. Über die Suchmaske kann Frau Schmidt im Bestand der UB suchen. Für Monografien reicht meistens die einfache Suche. In der Trefferliste sucht sie das Buch aus und kann über den Button Auswählen, die gewünschten Seiten eintragen und die Bestellung abschicken. Alma Schmidt möchte auch einen Aufsatz aus einer Zeitschrift in ihren Semesterapparat einstellen. Hier empfiehlt sich die erweiterte Suche, denn dort kann sie die Suche auf Zeitschriften eingrenzen. Frau Schmidt weiß natürlich schon, dass im UB-Katalog keine Aufsätze verzeichnet sind. Deshalb sucht sie nicht nach dem Autor oder Titel des Aufsatzes, sondern nach der Zeitschrift. Hier Archiv für Sozialgeschichte. Und setzt den Haken bei Nur Zeitschriften. In der Trefferliste kann sie nun die gewünschte Zeitschrift anklicken. Bei Zeitschriften oder mehrbändigen Werken kann man die Einzelbände über ESA nicht immer aufrufen. In diesem Fall steht der Button Auswählen nicht zur Verfügung. Frau Schmidt schickt uns deshalb über Anfrage einfach eine Mail mit den genauen bibliografischen Angaben des Artikels und wir suchen den Band dann gerne für Sie heraus. Dasselbe gilt für Bücher, die nicht im Katalog verzeichnet sind und deshalb über die ESA-Suchmaske nicht gefunden werden können. Schreiben Sie uns und wir schaffen das Buch gerne für Sie an und bearbeiten Ihre Anfrage. Abmelden nicht vergessen! Frau Schmidt erhält nun eine Mail, in der sie den Scan-Auftrag innerhalb von drei Tagen bestätigen muss. Sobald wir die Texte digitalisiert haben, erhält Frau Schmidt jeweils eine Mail mit dem Link zum PDF. Sie hat nun einen Monat Zeit, um die Dateien herunterzuladen. Anschließend muss sie sie nur noch in ihren Semesterapparat einstellen. Wir bemühen uns, Ihre Aufträge möglichst schnell zu bearbeiten. Es kann zu Wartezeiten kommen, wenn das Buch gerade ausgeliehen ist oder erst noch gekauft werden muss. Falls Sie noch Fragen haben, gerne. Wir freuen uns auf Ihre Aufträge.